Ich grüße euch, meine Brüder und Schwestern. Wisst ihr alle, was heute für den Tag ist Pfingsten? Wer weiß, was es ist? Hebt die Hand, bitte. Okay, das ist gut. Ich habe gestern meinen Sohn und seine Freunde gefragt, was das für ein Tag ist, was das bedeutet. Und ich dachte, die müssen das wissen. Mein Sohn sagte, weiß ich nicht. Und ich sagte, wie du weißt es nicht, jedes Jahr haben wir diesen Feiertag und jedes Mal erklären wir euch, was das ist. Karnaval. Er sagte, vielleicht Karnaval. Er fragte einen Freund, der im Gymnasium studiert, und er fragte, was das bedeutet, was das für ein Tag ist, was das bedeutet. Er fragte, nein, ich weiß nicht. Er fragte, nein, ich weiß nicht. Er fragte, vielleicht Karnaval. Es ist natürlich traurig, dass mit Menschen sowas passiert. Und ich möchte von großen Taten vom Herrn erzählen und vieles aus der Bibel vorlesen. Wir haben nicht mehr viel Zeit über. 2500 Jahre alt war der Prorok Jesaja. Vor ca. 2500 Jahren gab es einen Propheten, der hieß Jesaja. Und Gott gibt ihm eine Offenbarung. Das ist hier fest in der Bibel geschrieben. Jesaja, Kapitel 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Und als Zeichen, das wird eine Jungfrau ihm gebären. Und zu der Verheißung, wo wirklich diese Jungfrau auch der Zeitpunkt kam und die ist schwanger geworden. Und Josef, der diese Frau heiraten wollte. Er war sehr verstört, dass seine Frau schon schwanger war. Aber das war ein so ein ehrlicher Mensch und er wollte heimlich einfach davor wegschleichen. Und im Traum sieht ein Engel und der Engel offenbart ihm die ganze Geschichte. Matthäus, Kapitel 1, Vers 20. Aber er sagte, er ging ein Engel und sagte, dass er Engel und sagte, ne Und er sagt ihm das Name Immanuel, was bedeutet, mit uns Gott. Und er spricht, siehe, die Jüngfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Und somit ist der Josef erst mal verstört und er hört die Worte, die vor 500 Jahren prophezeit wurden. Und das ist das, was Jesaja vor 500 Jahren prophezeit hat und heißt, der wird den Namen Immanuel bekommen, was heißt übersetzt, Gott mit uns. Und ich glaube, nach so einem Traum wird keiner gleichglücklich bleiben und ich glaube, dieser Traum hat ihn sehr berührt. Und somit ist dann Jesus auf die Welt gekommen, nach dem Plan Gottes. Und viele heutzutage fragen sich, wer ist denn dieser Jesus Christus? Und ich möchte berühmte Worte aus der Bibel vorlesen, Johannes Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Jetzt Vers 10 bis 12. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahm, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und so ist Jesus auf die Erde gekommen und das ist der Plan Gottes und alles, was erschaffen ist, ist durch ihn erschaffen. Und hier steht geschrieben, dass Jesus alles erschaffen hat, und er ist in seine Welt gekommen. Und er ist zu den Menschen gekommen, die er erschaffen hat. Und die Menschen haben ihn nicht aufgenommen. Aber die, die ihn trotzdem aufnahmen, die, die ihn trotzdem aufnahmen, die sind dann Kinder Gottes geworden. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Es kam der, der die ganze Welt erschaffen hat. Es kam der, der die ganze Welt erschaffen hat. Es gibt Menschen, die sagen, Jesus erkenne ich nicht an, aber ich glaube an den Schöpfer, der die ganze Welt erschaffen hat. Und die sagen, ich bete zu dem Schöpfer, zu dem Gott. Und die erkennen nicht dabei, dass sie, im Grunde, zu Jesus beten. Aber gleichzeitig stoßen die Jesus ab. Nein, Jesus ist ja ein Mensch, ich bete zu dem Schöpfer. Und andererseits sagen, ich glaube an den Allmächtigen Gott. Aber so ein Allmächtiger Gott, der dann zum Menschen geworden ist, nein, an so einen Gott glaube ich nicht. So ein Allmächtiger Gott kann nicht sowas machen. Ich glaube an den Allmächtigen Gott, aber nicht an so einen Gott. Und die Menschen haben so viele Probleme damit. Sie können einfach nicht fassen, was für einen Gott wir haben. Es steht geschrieben, dass Gott so die Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab. Dass seine Liebe übersteigt unser Verstand. Und diese Liebe, dass Gott als Mensch auf die Erde kam, das übersteigt unseren Verstand. An so etwas kann ich nicht einfach nicht glauben, denn Gott, derjenige, der vielleicht bestraft, der ist ja nicht so nett, dass er so etwas machen kann. An so einen wunderbaren Gott, da kann ich einfach nicht glauben. Und somit ist die Welt in zwei geteilt, an die Gläubigen und Ungläubigen. Die einen verstehen und sind seine Kinder, und die anderen nehmen ihn nicht an. 1. Korinther, Kapitel 8, Vers 6. So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, und wir für ihn, und einen Herrn, Jesus Christus. Und hier wird alles erklärt, als Gott, der Vater, und Gott, Jesus Christus. Denn das Wort, wovon Gott ist zu Fleisch geworden und ist mitten unter uns. Und die Menschen können das im Kopf einfach nicht fassen. Wir können in ihrem Herzen das einfach nicht fassen. Alles, was in der Welt erschaffen worden ist, das ist alles durch Jesus Christus erschaffen worden. Jesus Christus ist aus Gott. Und er ist auf die Erde gekommen. Deswegen war Wort bei Gott und Gott war Jesus ist aus Gott und Jesus ist Gott. Und Jesus erschafft alles. Und alle möchten glauben an einen allmächtigen Gott, an seinen eigenen Schöpfer. Aber sie können nicht verstehen, dass alles Jesus erschaffen hat. Alles durch ihn. Wir können einfach im Verstand das nicht begreifen. Kolossian 1, 12, 16. Kolossian 1, 12-16. In dem ihr dem Vater dankt, der uns durchsicht gemacht hat, teilzum am Erbe der Heiligen im Licht. Gott hat uns dazu berufen zu seinen Heiligen. Wir sollen teilhaben an seinem Erbe. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sonnes seiner Liebe. Der Vater führt uns in das Reich von Jesus Christus. Wer hat alles erschaffen, was im Universum sich befindet? Jesus hat alles erschaffen. Und wohin führt uns Gott hinein in Jesus Christus, was er erschaffen hat? Alles ist aus Gott, aber erschaffen durch Jesus Christus und da hinein versucht uns Gott hineinzuführen. 14. Vers 14. In dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir haben Vergebung der Sünden in Jesus Christus. Es steht geschrieben, keiner der versucht, Gutes zu tun ohne jegliche Sünde. Man hat Jesus sogar eine Frage gestellt. Kann ein Mensch in den Himmelreich Gottes eingehen? Er sagte, wenn er keine Sünde mehr hat, dann macht kann er das. Aber solche Menschen gibt es nicht, die sagen können, ich mache überhaupt gar keine Sünde. Und in den Himmelreich einzugehen mit Sünden ist unmöglich. Es muss jemanden geben, der ihn einfach befreit. Oder erlöst. Und in Jesus Christus haben wir Vergebung und Erlösung unserer Sünden. Und er gibt so eine Art Anzahlung oder Ausbezahlung. Und das kann menschlicher Verstand schwer begreifen. Wie kann es denn sein, dass Jesus für mich bezahlt hat? Dass mir alles vergeben wurde, ich bin Kind Gottes. Такое nicht мешается, ich muss заслужить. So etwas kann einfach nicht begreifen werden, ich muss das irgendwie verdienen. Aber wenn man nicht jemand sieht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich bin immer Gräschником. Aber wir sehen, dass egal, wie man sich bemüht, man bleibt trotzdem Sünder. Wo ist dann der Ausweg? Und der liebende Gott hat diesen Weg gefunden. In Jesus Christus vergebe ich dir alles. Durch Jesus Christus, durch sein Blut, was er vergesst hat, bist du mein Kind. Das sind großartige Taten Gottes. Sie können nicht einfach begreifen werden. Dalsch, 15. Vers 15. Dieser ist das ebenbild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Jesus Christus geht образ Богa, nicht Widziger, aber его образ. Jesus Christus das ist das ebenbild Gottes. Бог Slovo, Slovo стало Ploch. Slovo ist Бог. Das Wort und Wort ist dann Fleisch geworden. Das ist das erste, was bei Gott war. Das ist das was bei Gott war. Denn das Wort, das Wort, das erste, was er hatte. Alles andere hat dann Jesus erschaffen. Und er ist das ebenbild Gottes. Weil er selber Gott ist. 16. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Итак, Jesus, Богом, Jesus, alles ist für ihn geschaffen. Somit ist alles durch Gott, Jesus Christus erschaffen worden und durch ihn und hat für jeden einen Plan. All die Geister, die Bösen, die Guten, alle sind von ihm erschaffen und sie sind ihm unterstellt. Die Menschen sagen, ich werde an Gott glauben, aber ich werde nicht an Jesus glauben. Ich werde an den Schöpfer der ganzen Universum glauben. Aber ich werde nicht an Jesus glauben. Und sie wollen nur an Gott glauben, nur in ihrem eigenen Verstand. Aber nicht an einen Gott, der über mein Verstand hinausragt. Der größer ist, als das Vorstellungsvermögen, was Liebe bedeutet. Und das ist der großartige Gott, der diese großen Taten für die Menschen vorbereitet hat. Philippa, Kapitel 2, ab Vers 4 bis 11. Kapitel 2, Kapitel 2, Ja, genau. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des Anderen. Denn ihr sollt so gesehen sein, wie es Christus auch war. Welche denn Gesinnungen sollen das sein? Er, das Jesus, будучi образом Bожiim, nicht bezeichnet zu sein, dass es равным zu sein. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht für ein Raubfest hielt, Gott gleich zu sein. sondern er entäußert sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und so mit Jesus Christus denkt an uns. Wie soll er uns helfen? Obwohl er selber wie Gott ist. Er kümmert sich so stark um uns, wie er uns helfen kann. Er hält es nicht für einen Raub und ist zu einem Menschen geworden. Und welchen Menschen? Er sagt, ich bin gekommen, euch zu dienen. Ich bin gekommen, euch zu dienen. Ich bin gekommen, euch zu dienen. Ich bin gekommen, ich bin gekommen, damit man mir dient, sondern damit ich euch dienen kann. Der Mensch kann das nicht begreifen. Die Bibel wurde verändert. Oh, man muss ja so viel verändern. Man muss sogar alle Propheten verändern. und wie viele Prophetien ausgesprochen wurde, die sich alle erfüllt haben. Was für ein schlauer Mensch doch sein soll, der die ganze Bibel verändern kann. Geschichte besser sich ausdenken wie Gott selber. Und die Menschen sagen lieber, dem glaube ich mehr. Aber das, was in der Bibel geschrieben ist, dem glaube ich nicht. Die Menschen können diese Liebe einfach nicht begreifen. Wie kann Gott als Mensch werden, wie ein Sklave? wie kann er als Schöpfer zu seiner Gestalt kommen und dann noch dem Winn Menschen? Ich möchte lieber einen bösartigen Gott, der wie ein Diktator regiert. Das übersteigt mein Verstand. 8. Vers 8. Und in seiner äußerung Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Darum hat ihn Gott auch über allermaßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Damit sich vor ihm alle verneigen, nicht weil er Gott ist, sondern sich verneigen deswegen, weil er sich erniedrig vor allen Menschen der für mich und für dich einfach diesen Schmach auf sich nehmen kann und diese Bestrafung aufnehmen kann. Gott Gott er hat und gestorben ist für alle Menschen Gott in einem Menschen wo wir alle zu Kindern geworden sind es ist so dass wir einfach umsonst durch die Gabe der Liebe dazu gekommen sind und Vers 11 und alle Zungen bekennen dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters er ist Ebenbild Gottes aber hat es nicht für einen Raub oder für Schmach gehalten zu einem Menschen zu werden wie kann man seinen Gott nicht annehmen wie kann man nicht einfach positiv verwundert sein wie kann man diese tollen Dinge nicht erkennen Jesus Christus der alles erschaffen hat ist auf die Erde gekommen und ist dann wie ein Mensch geworden der macht trotzdem göttliche Wunder er geht übers Wasser er vermehrt Nahrung aus fünf Brote und versucht viele tausende Menschen zu speisen er lecht viele Krankheiten und viele Aussätzige er geht übers Wasser er befehligt dem Wind mit einem Wort er lässt tote Menschen auferstehen die schon längst zerfallen sind und versucht die anderen Menschen auferstehen lassen Gott kann das nicht machen das ist eine Lüge und andere Menschen sagen ja du hast recht Jesus sagt okay wenn ihr mir nicht glaubt dann glaubt meine Sache ist machen ist das Herz so versteinert und so dick krustig geworden und der Mensch kämpft gegen diesen Gott ist es viele verschiedene organisatoren die gegen Gott versuchen anzukämpfen es fängt mit ateismus an verschiedenen partien wie kommunistische partien und künft mit die die röligiösen und bis hin zu den Menschen die versuchen Wahrheit bei röligiösen Menschen zu finden und bis hin sogar zu Christen wenn wir manchmal hristen sagen du sagst правoslavlich es gibt sogar christen und einander wie katholische oder andere glaubensrichtungen die sagen sogar wie kannst du dann an jesus überhaupt glauben selbst die menschen können schon gott nicht annehmen die können nicht begreifen wie kann man so eine liebe einfach erleben wenn man so einen diktator erlebt dann ist es ok und die regeln kann man noch verstehen wenn man verlangen oder von anderen religionsgemeinschaften irgendwelche regeln aufgestellt bekommt aber so ein gott der sowas nicht hat geht nicht und jesus sagt einfach vor einander habt ihr acht aber an mich glauben wollte nicht und gott fragt sich wie kann ich das an die menschen diese botschaft tragen ich habe nur einen kleinen anteil meiner liebe euch offenbart und ihr seid nicht in der Lage das zu verstehen ich habe nur eine kleinigkeit offenbart johannes 16 12 bis 15 jesus tut abращается kuchen kamst которыми jesus versucht die jünger anzusprechen mit einer langen zeit verbracht hatte und ihm говорит noch vieles hätte ich euch zu sagen aber ihr könnt das jetzt nicht ertragen jesus sagte ich hätte euch noch so viel sagen können oder wollen aber ihr könnt das nicht begreifen was für tolle dinge manche menschen einfach nicht erfinden gegen jesus ich kann das nicht einfach ertragen verstehen dann erfinde ich lieber etwas wo ist dann der ausweg jesus sagt danach wenn er bei jener kommt der geist der wahrheit so wird er euch in die ganze wahrheit leiten denn er wird nicht aus sich selbst reden sondern was er hören wird das wird er reden und was zukünftig ist wird er euch verkündigen jesus gesagt ich kann das euch nicht erklären ihr könnt das eh nicht begreifen obwohl ich übers wasser gegangen bin und auch einen toten menschen gesund gemacht habe egal was ich gemacht habe aber ihr könnt das trotzdem nicht fassen auch wenn ich euch mehr sagen würde wird das nicht auffassen das wird nicht funktionieren aber ich habe trotzdem einen ausweg ich werde einen heiligen geist schicken es wird ein langwieriger prozess aber er wird von mir euch lernen 14 stich vers 14 vers 14 vers 14 er wird mich verherrlichen denn von dem meinen wird er nehmen und euch verkündigen alles was der vater hat ist mein darum habe ich gesagt dass er von dem meinen nehmen und euch verkündigen wird er ist aus dem vater und alles durch ihn und er sagt der heilige geist wird kommen und wird ihn verherrlichen wir haben etliche verse gelesen von seinen großartigen taten es gibt nichts in der welt was von ihm nicht erschaffen ist und unser verstand kann es nicht begreifen dass alles was erschaffen ist wurde für ihn erschaffen alles ist in seinen plänen aber wir haben so viele fragen die einfach wir nicht begreifen können aber Jesus sagt ich werde mit euch arbeiten der heilige geist wird kommen und er wird euch lernen und die wichtigste lehre ist er wird mich verherrlichen er wird euch offenbaren wer ich in wahrhaftigkeit bin ihr könnt jetzt nicht aufnehmen wer ich in wirklichkeit bin ihr könnt jetzt nicht aufnehmen wer ich in wirklichkeit bin ihr könnt jetzt nicht erkennen verstehen dass ich euch alle erschaffen habe ihr könnt nicht begreifen dass ich für euch und für euch gestorben bin obwohl ich der schöpfer bin im ganzen universum und wenn ich sage dass sie vergeben sind dann sind sie dir vergeben und wenn ich sage dass sie vergeben sind dann sind sie dir vergeben niemand kann dir schlechtes zu reden denn ich habe dir vergeben ich sage es und es ist so und der heilige geist wird kommen und wird mich offenbaren ich möchte alle Menschen retten aber manche möchten es nicht aber ich möchte dass alle Menschen errettet werden deswegen werde ich den heiligen geist schicken und er wird meinen plan offenbaren er wird sagen was ich gemacht habe er wird offenbaren was ich euch anbiete er wird euch offenbaren was ich euch machen möchte er wird euch offenbaren was ich aus euch machen möchte er wird euch offenbaren dass ich euch fühlen möchte in mein Reich was ich geschaffen habe ich als Gott mache euch Erben Gottes ich habe solche tollen Pläne für euch aber was ich jetzt alles vorhabe wird euch verständlich begreifen und deswegen schicke ich den heiligen geist er wird mit dir im Gebetszimmer arbeiten er wird mit dir reden er wird dir da offenbaren an dem Ort wo du nicht gestört wirst er wird dich lernen der Wahrheit und helfen mich zu verherrlichen und alles was er dir offenbaren wird ist alles von mir er kann nichts Neues erfinden denn alles habe ich schon von mir alles wird von mir kommen und er wird euch offenbaren die Anliein 1 Kapitel 1 Vers 7 bis 8 Er sagt ihm, er ist Jesus, Jesus sagte, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und dieser wundervolle Plan Jesus Christus, der Heilige Geist kommt hier auf die Erde und er fängt an zu arbeiten. Ihr könnt mich noch nie selber begreifen. Ihr könnt nicht fassen, das, was ich euch sagen möchte. Obwohl ihr meine Jünger seid, ihr könnt das trotzdem nicht fassen. Aber wenn der Heilige Geist kommt, der wird mich offenbaren. Ihr werdet viel mehr verstehen. Und ihr werdet einfach brennen mit dem Feuer. Ihr werdet brennen einfach mit diesem tollen Eifer meiner Liebe. Ihr werdet entbrannt werden einfach und interessiert daran mit der Errettung jedes Menschen. Was ich jedem Menschen geben möchte. Denn mit den eigenen Taten, mit seiner eigenen Heiligkeit, niemand kann in den Himmel eingehen. Denn im Reich Gottes können wir nicht als Sünder eingehen, da können wir keinen Frieden stiften. Aber ihr müsst als erstes von dieser Last der Verurteilung befreit werden. Und wenn du spürst, dass du frei bist von der Sünde, die dich verurteilt, dann wirst du geöffnet werden meiner Liebe gegenüber. Und das wird der Heilige Geist verrichten. Und wenn er das euch offenbaren wird, wenn er das versteht, du wirst dann nicht mehr gleichgültig bleiben. Du wirst dann dieses Wunder weitergeben an andere Menschen. Bis an das Ende der Erde werdet ihr das tragen. Deswegen schicke ich den Heiligen Geist. Ich habe auch gewisse Pläne, Herr. Lass diese Pläne beiseite, das ist jetzt nicht wichtig. Was du jetzt nötig hast, kümmere dich um die Menschen, wie ich das mal gemacht habe. Sei Jesus ähnlich, sei mir gleich. Verhandeln zu brennen mit dieser Liebe zu jedem Menschen. Und trage sie bitte an andere Menschen dieser Errettung. Denn sie haben nicht mehr viel Zeit. Wenn er von dieser Errettung geht, dann wird er von dieser Errettung. Wenn er von dieser Erde geht, dann kann man nichts mehr ändern. Und diese Vergebung müssen wir heute annehmen. Diese übernatürliche Liebe muss man heute erkennen. Geh hin und erzähl das allen Menschen. Und das wird der Heilige Geist machen. Wenn du dich jetzt nicht besiegen kannst. Wenn du dich jetzt nicht besiegen kannst. Dann kann man das jetzt nicht besiegen kann. dann kann man das überhaupt nicht besiegen. Denn wenn der Heilige Geist kommt, dann wirst du da in der Lage sein. Und diese Frau Bordschaft, die wird sich verbreiten auf der ganzen Erde. Jetzt Vers 9 bis 11. Und so versucht Jesus Christus den Plan Gottes zu offenbaren, was passiert, wenn eine heilige Geusse auf die Erde kommt. Für die ist es erst in der Zukunft. Und vor ihren Augen fährt er in den Himmel. Und danach die zwei Engel, die erzählen, dass er genau auf diese Weise wiederkommen wird. Aber eure Aufgabe ist wirklich, bis ans Ende der Erde zu gehen. Und diese Botschaft an andere Menschen tragen diese Vergebung. Diese Gabe, einfach Versöhnung und Kind Gottes zu werden. Diese großartige Liebe vom Vater. Der Schöpfer ist wirklich klein geworden und ist zum Sklaven geworden. Und ist dann auf die Erde gekommen, hat das auch gemacht. Jetzt Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1 bis 4. Und das ist der Tag. Wenn der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Und wenn wir weiterhin lesen, dann sehen wir, dass der Heilige Geist kam, so wie Jesus es prophezeit hatte. Und dann können wir lesen, dass die Apostelinnen oder Jünger angefangen, von großen Taten Gottes zu reden. Welche großartige Taten waren das? Die, die wir jetzt etliche Verse gelesen haben. Vom großartigen Gott. Von großartiger Liebe. Von großartiger Gnade zu uns. Von der Liebe, dass er zu einem Sklaven wird. Er kommt hier auf die Erde, um Menschen zu retten. Darit все Darem. Einfach, kostenlos einfach. Die sprachen von der großen Liebe Gottes. Und der Vers 41 sagt folgendes. Nach der ersten Predigt der Aposteln. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und das wurden an einem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und an dem Tag, wo der Heilige Geist runterkam auf die Erde, da ist die erste Gemeinde entstanden. Obwohl damals gab es keine Mikros. Da gab es keine Boxen. Aber wenn sie diese großartigen Taten gehört haben. Leute konnten nicht gleichglücklich bleiben. 3000 Menschen in diesem Tag приняли Jesus Christus. Und sind dann Kinder Gottes geworden. Das war die Arbeit des Heiligen Geistes. Wo Jesus noch den Heiligen Geist nicht auf die Erde geschickt hatte. Diese großartigen Taten konnten noch nicht mal den Aposteln offenbart werden. Die konnten die nicht begreifen. Die konnten die nicht fassen. Aber wo der Heilige Geist kam. Nicht nur Apostel haben das Begriff, sondern die 3000 Menschen, die Jesus angenommen haben. Die sagten, es ist mir egal, was der Vater sagt. Es ist mir egal, was der Pastor sagt. Es ist mir egal, was meine Verwandten mir sagen. Es ist mir egal, was mit mir passiert. Auch wenn die Kommunisten mich vielleicht erschießen. Auch wenn ich im Gefängnis gesteckt werde. Ich kann nicht an dieser Liebe vorbeigehen. Ich werde gläubiger Mensch. Und ich werde allen von ihm erzählen. Weil ich durch den Heiligen Geist seine Liebe gespürt habe. Ich habe seine Realität erkannt. Ich habe erkannt, wer der Herr ist. Ich möchte nicht außerhalb seiner Herrschaft bleiben. Ich möchte in den Herrschaft hineingehen. Ich möchte Ewigkeit mit ihm verbringen. Und somit ist die erste Gemeinde entstanden. Und nach dieser Zeit sind viele, viele tausende Menschen deswegen umgebracht worden. Und es wird immer noch heute genau das Gleiche passieren. Es werden viele Verfolgungsstattungen verfolgt. In Gefängnisse gesteckt. Nenavidigen родственниками. Gehasst von Verwandten. Nenavidigen religiöser Zirpia. Gehasst von religiösen Gemeinden. Und wegen Jesus Christus wird er gehasst werden. Aber die Gemeinde von Jesus wächst trotzdem. Weil der Heilige Geist immer noch hier auf der Erde ist und er wirkt. Er verherrlicht Jesus Christus und offenbart in uns. Und wenn der Heilige Geist uns den Jesus offenbart, wir können nicht gleichgültig bleiben. Wir bezahlen jeden Preis. Hauptsache, Jesus Christus zu haben. Und mit ihm zu sein. Und in den Himmelreich Gottes eingehen. Und das ist der Tag des Pfingsten. Das ist kein Vatertag oder was anderes. Das ist der Tag, wo der Heilige Geist auf die Erde kam. Der uns Jesus Christus offenbart. Und er wirkt immer noch. Und er ist jetzt hier ebenfalls. Und er offenbart Gott, Jesus Christus. 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 Was er wirklich ist. Und diese Arbeit verrichtet Heiliger Geist. Es gibt viele Widersacher. Die Gott als Antichrist bezeichnet, die gegen ihn wirken. Es gibt so viele Antichristen hier in der Erde. Und viele gehen gegen Gott vor. Aber viele offenbaren sich und öffnen die Herzen Gott gegenüber. Und Heiliger Geist kann ihnen Jesus Christus offenbaren. Er kann Jesus Christus verherrlichen. Und die Menschen bekehren sich. Und die nehmen Jesus Christus auf. Und ihre жизнь abnavляется. Leben verändert sich. Und sie werden wie Kinder und versuchen, so zu leben. Slaue Gott, Slaue Jesus Christus, für den Heiligen Geist. Der heute hier ist und arbeitet an uns. Und wird weiterhin arbeiten, bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott ihn bestimmt hat. Halleluja. Поэтому. Daher. Скажи сам себе. Sag dir selber. Меня больше не волнует. То, что мне не сильно важно, не важно. Es kümmert mich nicht, was wichtig oder unwichtig ist. Wichtig ist, dass wir werke Gottes verrichten können bis an das Ende der Erde. Ne upusti то, was dir Gott приготовил. Bitte verpasst nicht das, was der Herr für dich vorbereitet hat. Denn das Wichtigste ist wirklich das für dich. Und das wird wirklich sehr wichtig. Kostbar sein im Himmel. Das ist der Tag des Pfingstens. Halleluja. Amen. 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 Amen.